und so weiter und so weiter und so weiter selbstliebe challenge es noch nicht gemacht hat geht endlich mal wieder los erste januar gönnt euch ja und heute haben wir das sicherlich am ende überraschende thema wie wirst du ein echter alpha frauen echter alpha mann weil es jetzt nicht das wirst du wahrscheinlich vermuten wir es sondern ja ich würde gerne mehr mal videos machen über eine größere sicht der dinge und aus meiner sicht wirst du ein echter alpha in deinem geschlecht oder deinem gender oder was weiß ich wenn du komplett die verantwortung für dein leben übernimmst also jetzt vor allem natürlich dein dating und dein liebesleben so das heißt wenn dir scheiße passiert dass du dann nicht sagst alle männer sind scheiße alle diversen sind scheiße alle frauen sind scheiße was auch immer du gedatet hast also jetzt hat jetzt nichts mit divers zu tun aber weiß schon was ich meine dass du sagst die gruppe die ich gedatet habe ist schlecht oder so sondern hast du sagst ah das universum will mir sagen dass ich wie alle menschen noch zu lernen habe irgendwie dass das ist da noch ja löchersprünge in meiner rüstung gibt oder muss man anders zu sagen dass es noch themen gibt die ich noch nicht endgültig abgearbeitet habe dass ich da noch toxische menschen anziehe das heißt es auch nicht dass ich selber toxisch bin das heißt dann aber heißt ja ich habe aber noch themen vielleicht co-abhängigkeit vielleicht innere kind themen vielleicht ego themen die dazu führen dass ich eben noch in toxische beziehungen gerate und ich übernehme dafür komplett die verantwortung und sie ein dass nur ich mich retten kann und mir helfen kann und dass es meinem fall nicht gut tut wenn ich mich ewig und drei tage als opfer sehe und in der opfer identität bleibe und nur opfer content mehr reinziehe und damit dann quasi sagen dass sorry das hat mit ich bin einfach nur so ein super lieber empath habe ich mir nichts zu tun ich habe einfach pech gehabt dass mich ein mensch so behandelt hat und ja ich habe jetzt einfach endlos weiter auf diese gruppe ein das ist täte opfer denken und das ist nicht ein denken richtung 5d wo ich ja mal mehr content zu machen will wo wir sagen hey übernehmen verantwortung und wir sehen unser eigenes schöpfertum dass wir unsere realität ganz gutes stück wie viel auch immer vielleicht das ganze ganz viel vielleicht alles schöpfen können sehen wir nicht sondern wir verbleiben in dieser täte opfer blase und nehmen nur immer wieder unterschiedliche rollen ein oder bleiben meinetwegen auch in einer rolle und verlassen aber nicht dieses täte opfer system und das sehe ich halt auf social media noch überall also für frauen die in toxischen beziehungen waren ist es so diese narzissmus blase wo man sich findet an bestimmten orten und sich endlos der narzisst macht dies und er macht sie ist macht das und warum hat narzisst holztüren und keine kunststofftüren und wie schläft der narzisst und wie hat und der narzisst und wie was macht da noch alles böses was vielleicht für eine gewisse zeit also wie gesagt wir haben ja gerade frisch rausgepurzelt ist kann man natürlich sagen was gibt es denn da das ist ja auch in meinem modul 1 und präumierungsliebeschips mein basic kurs klar sage ich ja es gibt die und die manipulativen verhaltensweisen future faking love bombing kann das analysieren kann sagen ja ich bin jetzt hier opfer geworden ist auch so und ich gucke mir das auch an was da passiert ist aber da muss man diesen schritt finden da raus irgendwann und sagen und dann nicht immer weiter in diesen kaninchenbau einfallen so und dann sagen ja alle männer sind narzissten und alles ist schlimm und am besten es gibt nur frauen auf der welt und ich weiß nicht was sondern zu überlegen hey warum weil es gibt ja ordentliche männer warum date ich die anderen oder warum erkenne ich sie nicht oder was passiert da und überlegen was habe ich für optionen mein leben zu ändern das ist für mich eine alpha so und das gleiche bei männern da ist es nicht die narzissmusblase sondern werde gibt es auch verschiedene blasen meiner an sich danach ist auch diese red pill was ich pöppel pöppel geht ja noch aber black pill ich kenne mich da auch jetzt hundertprozentig aus aber habe da genug von verfolgt um zu sagen ja das ist auch ein bisschen opfer denken zu sagen ja wir sind opfer der medien die uns falsche sachen gesagt haben und und frauen sind ja biologisch so und so und deswegen kann man muss man also das tag sind zwar gewisse wahre sachen drin die ich auch sage ja medien werden beziehungen manchmal falsch dargestellt und was weiß ich und dann wundert man sich das so nicht funktioniert wenn ich der frau 20 gedichte schreibe das ist vielleicht nicht so ist wie im film ja stimmt aber es ist auch häufig vielleicht nicht immer ein mindset dahinter von ja ich bin opfer opfer geworden dieser frauen und alle und frauen sind eigentlich alle so und so und sind alles keine ahnung sind genetisch so und so blablabla und deswegen ja bin ich schon als match um per se viel schlechter dran und was weiß ich das ist ist verständlich ist es menschlich aber und ich sage auch nicht so dass es hundertprozentig jetzt so ist natürlich ist ein gewisser kann ein gewisser content über narzissmus weiterbringen natürlich kann ein content über red pill gibt es vielleicht facetten die einen weiter bringen können oder muss ja jeder selber wissen woanders weiterbringt oder nicht aber man muss halt aufpassen dass man nicht immer weiter ein kaninchenbau fällt und sagt ja an so ein frauen hass verfällt oder andersrum männer hass verfällt oder wenn man halt lesbisch wohl ist es ist vielleicht noch komplizierter weiß ich nicht und ja auf dieser opfer ebene stehen bleibt und dann wirst du nämlich kein alpha so ein alpha ist jemand der sein leben in die hand nimmt er sagt was auch immer mir an scheiße das leben vor die füße wirft also natürlich versuche ich mir und günstige umstände zu manifestieren aber wenn das leben mir scheiße vor die füße wirft dann heißt es einzig und allein dass meine seele da noch an bestimmten punkten wachsen will oder ich habe bestimmte wahlen vorher getroffen oder und selbst wenn es ich sage es war kompletter zufall was mir hier passiert ist kann immer noch auf eine sehr opferige art drauf reagieren oder ich kann auf diesen zufall wenn ich das zufall jetzt sehe auf einer gestalter art drauf reagieren und ich persönlich denke ja immer gerade was so toxische beziehung angeht also so ein mindset von ich kann ich bin einfach nur weiß ich nicht hochbegabte hochsensibler über im part und ich kann das alles mit mir gar nichts zu tun ich habe einfach nur pech gehabt finde ich ein total deprimierendes mindset weil was will man dann ändern weil da gehst du raus da ist jemand und was ist ja vorher nicht kommen sehen dann sie ist es wahrscheinlich wieder nicht kommen und ja machst dann gleich in der fahrung ist dann wieder sagen soll es so pech weil es so pech und alle männer sind scheiße alles böse alles schlimm als narzissen und nur ich bin lieb und was ist das für ein scheiß lebensgefühl aber vielleicht gefällt das manchen müssen sie so leben ist ja auch alles gut und wie gesagt und ich finde es auch absolut menschlich zwischen also man passiert auch so viel scheiße auf der welt wirklich natürlich ist das völlig menschlich sich als opfer zu fühlen auch mal längere zeit als opfer zu fühlen aber gut wenn man jetzt sagt ich will was ändern im leben und ich will wirklich ein performance leben führen muss man irgendwann diese ebene verlassen ist gelingt mir auch nicht immer kregen keinem immer aber ich versuche also wenn mir das mal passiert dass ich das über längeren zeitraum irgendwas ich als opfer fühle denke ich auch jetzt reiß dich mal wieder zusammen und komm geh es an geht die sachen an eins nach dem anderen wenn das leben die das vor die füße wirft hat es auch einen grund und es gibt auch eine möglichkeit damit umzugehen und versuch ja dann wieder back on track zu kommen gelingt mir das jeden tag nee aber ich fand das sind wirklich starke menschen die das machen und dann und wenn man einmal diese täter opfer ebene verlassen hat dann hat man auch erst die chance wirklich wieder in so eine so ein mitgefühl zu kommen mit den anderen menschen da kann man sehen ja die haben mich vielleicht scheiße behandeln muss auch nie wieder was mit denen zu tun haben und aber irgendwie auch eine arme socke dass er sein leben verbringen muss mit weiß ich nicht lügen manipulieren und ja es gibt zwar ja auch eine story die nicht schön ist und man kann dann sagen mensch jeder geht seinen weg und danke für den arschtritt danke dass du mein arschengel warst und und dann versuchen auch scheiße gold zu machen so ne und aber eben nicht mehr so in dieser opfer energie hängen zu bleiben die wenn man da sehr lange drin ist auch leicht in der täter energie wechseln kann dass ich überall auf social media das leute die wahrscheinlich mal opfer waren eine täter energie wechseln und einfach völlig jede bis überhaupt nicht merken dass sie komplett im täter sind einfach völlig ja jeder jedes maß vermissen lassen wie sie darauf andere leute losgehen und weil wenn man ganz ehrlich ist also viele menschen die krasses täterleben führen waren vielleicht vielleicht nicht alle aber waren viele waren bestimmt als kind auch opfer so ne und das ist wirklich deswegen sagte ich auch immer wieder täter opfer dynamik sind für mich 3d beziehungen weil dieser wechsel von der opfer auf die täter seite der ist verdammt kurz in diesem sinne freue mich eure kommentare abonniert mein kanal geht meine arbeit gern weiter ziel ist nach wie vor 30.000 abonnenten bis mein buch aus ist und danke euch für den support noch mal in diesem nächsten jahr namaste wir sehen uns bald wieder